Ich bin der dreckige Guck-Guck-Guck! Wer will nicht gerne der dreckige Guck-Guck? Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hey Sess! Ach Sess heißt sie jetzt, nicht mehr Sandy! Oder die haben's in der Serie immer falsch ausgesprochen, das kann auch sein! Wenn ihr das seht, seht ihr das? Ach, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut! Wenn ihr das seht, tief und fest und fest und tief bis zum Frühjahr! Genau so hätte ich das als Eichhörnchen wahrscheinlich auch erzählt. Aber gut! Diese Arf von Nennt man während des mögen Tiere, wenn sie gebrüllt werden! Ach, das nennen die Tiere ganz bestimmt, Alter! Von wehn? Also seid so gut und seid gut, es geht vor allem für Gixbarnspur! Da hat Patrick aber definitiv mein anfang recht nein heißt ja und ja heißt immer noch ja Was mich eigentlich am meisten was mich eigentlich nicht wirklich interessiert aber ich möchte es trotzdem wissen hat er sein haus da oben selber Was ist das für ein Scheiß? Bist du rechts? Setz deinen Helm! Bist du rechts? Warum? Helm wieder auf! Besse! Ach der soll zu rechts mein Helm nicht mehr auf hat? Ja! Okay ich ruck auf mir morgen nen Helm man! Es gibt doch kein Baum! Ach was nur keine Angst! Das Zeug ist Saas! Guck mal! Das ist bestimmt Saas! Oh! Nein! Oh! Wer hat als Kind nicht Schneeflocken mit dem Mund gefangen Alter? Ich meine ich habe mich manchmal in Schnee geschmissen und den weggeleckt aber mit der Zunge so ein bisschen in den Himmel gucken und Mund fangen ist immer geil gewesen! Glaube du bist scheiße! Ich glaube du bist scheiße! Ich glaube du bist scheiße! Ich glaube du bist scheiße! Okay das werde ich wohl rausschneiden müssen? Dich mitsamt deinem Partner Spitzkopf Larry oder? Spitzkopf Larry! Ja der ist bestimmt dabei alter! Spitzkopf Larry! Da scheiße ich mich aber halt! Ich will nicht Sheriff Shit heißen! Shit! Oh! Mama! Sie kommt bestimmt von irgendwelchen Kacks! Jeder hat seine Vorlieben! Pass auf Saas! Ich bin der dreckige Oh nein! Mach doch nicht so was man! Das muss doch weggeschnitten werden! Lul! Wir sollten dich stören! Alter! Das war doch nicht gestört! Das hier ist gestört! Lul! Oh Scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist wirklich gestört! Oho! 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 Scheiße! Scheiße! Ich hab euch doch gewarnt! Scheiße! Ja der ist gut! Den mach ich auch! Was ist das alter? Ach ne Rittersliege! Ich saus! Ich weiß nicht mal wie der hieß! Ich krieg euch das hell ab und mach Schweren draus! Hahaha! Sieh wohl besser noch mal drauf! Bist besser dann Sheriff Shit! Shit! Spitzkopf! Deine Zeit läuft ab! Du nennst mich Spitzkopf! Ich will jetzt der dreckige Du nennst mich Spitzkopf! Oh das wird ne neue Beleidigung man! Der Kock sei! Pin 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 Pin! Haha! Der war geil! Din 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 Din! Sag ich bin der dreckige Das scheiße ich mich auch weg! Ich würd sagen ich bin der dreckige Kock! Nein! Hahaha! Wer will nicht gerne der dreckige Kock sein? Da sind wir nach Tobacco mal da! Der dreckige Kock! Aua! Ich bin der dreckige Kock! Die streiten sich drum wer der dreckige Kock sein darf! Wer hat denn sowas jemals schon mal erlebt alter! Warum läuft Spongebob nicht so im Fernsehen? Ich gucke Spongebob ja so schon gerne! Zwar nicht im Fernsehen weil ich keinen Kabelanschluss hab! Aber! Ich gucke Spongebob gerne! Und wenn ich das so laufen würde! Dann würd ichs immer noch gerne gucken! Ich bin der dreckige Kock! Ich bin der dreckige Kock! Ich bin der dreckige Kock! Schreien hilft dir! Schreien hilft dir? Oh... Hahahaha! 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 Na ja! Verdammt! Na ja! Wer von euch zwei ist der Echte? Na gut besteht eine gewisse Ähnlichkeit? Ne, das Endlich sieht immer noch besser aus. Mann, mach doch solche Wörter nicht! Oh, Scheiße! Das könnte doch dann mit den Richtlinien nicht gut werden bei YouTube. Äh, sowas mögen die überhaupt nicht. Okay, Spitzkopf! Und nun zu dir! Nicht? Oh! Oh, Leichtung des Füßen! Wieso kannst du da drinnen überhaupt schneien? Was ist da los? Oh, tut mir leid, aber ich bin der Kinder Festbrett ohne Eck vor. Ich verstehe das nicht. Wie überlebt es jedes Jahr diese scheiß Witterung? Vielleicht... Vielleicht liegt es an ihrem extremen Kopf. Den hat die ganz bestimmt, Alter. Ach, deswegen überlebe ich im Winter so gut. Verstehe. Ich habe auch nur das DSL-Modem aus meinem Bauch. Na gut, dann brauche ich ja bloß noch sagen, der braucht einen Anschluss-Anschließer. Und dann kommt Marcel Davies und öffnet die Tür. Problem gelöst. Einfacher geht's nicht. Warum ist das grau? Das ist sonst immer schwarz. Ja! So, das war ja eine Fritzbox. Ist die nicht rot? Gibt sie auch in schwarz? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe eine Speedbox. Ich will jetzt! Kostenlos WLAN. Mop! Mach das schnell! Au! Ach so kriegt man kostenlose WLAN. Muss ich bloß im Wald gehen und so ein Tier das ganze Fell abruppen, Alter. Das arme Tier, Mann. BAM! BAM! Du bist weh! Ich sag mir, das Zwiebel immer so in die Augen. Was? Jetzt sind wir bereit für den längsten und härtesten Kochen aller Zeiten. Hahahaha! Bestimmt! Jetzt bist du gewappnet, falls der Guck euch um die Ohren schleudert. Jetzt geht's los! Na dann, let's work, Baby! Runder, du Affair, du hast du nicht genug! Sch**** Au Scheiße, die sind kaputt! Das wars! Das ist aber... Und gleich Loro und euch spielen. Das war ein geiles Video, man. Das war echt cool. Das hat mir gefallen. Hat er noch mehr? Das wäre richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert es in Skandinavien. Verabschiede ich mich und bin damit raus.